Und wir sind wieder da, liebe Freunde. Beim Endgegner. Wow, und jetzt können wir ihn nämlich auch besiegen, Freunde. Da war ein Update. Man konnte... Ah, okay. Wow, was macht der Arsch? Wow, fuck. Okay, der Anzug gehört uns. Okay, jetzt ist hier irgendwo... Es sind die Kücher, genau die müssen wir jetzt kaputt machen. Da, ihr Wichser. Wir machen mal die Dinger hier an. Äh, wo sind die denn, die Arschgeigen, Mann? Okay, da sind welche. Wir brauchen auf jeden Fall die Aufladung für den Boss. Fuck, die externe Energiequelle ist erschöpft. Uh-oh. Yes, baby. Wir haben den zweiten Arm. Oh, fuck. Du bist einer von uns. Sterb. Bastard. Kleiner Wichser. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Ich bin besser als du. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Okay, da hinten sitzt sie. Sterb. Oh, der ist tot. Jetzt müsste der Motherfucker... ...mal wiederkommen. Oh, da kommt er auch. Hallo. Oh, fuck. Whoa. Oh, fuck. Oh, fuck. Whoa. Oh, fuck. Fuck, wir haben keine externe Energiequelle mehr. So, wir heben mal die Javelins auf. Au, 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 au. Oh, hier ist noch eine Energiequelle. Nice. So, mein Freund. Wow. Lasst uns los, du Arsch. Hau ab. Whoa. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Schöne. Das ist. Boah. Oh, meine. Boah. Shit. Das ist es! Das ist es! Das ist es! Boom! Wow! Oh fuck, jetzt sterben alle! Oh oh! Fuck, bitte rette ihn! Halt durch! Ich hole dich raus! Keine Zeit! Wir sind zu spät gekommen! Sie sind durch! Ich werde dich da herrausholen! Brobel! Balsch! Halt durch! Michael! Der Anzug! Ich kann nicht! Verdammt, Balsch! Es ging nie nur um den Anzug! Balsch! 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 Opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war! Und wurde Prophet! 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken! nur Befehle, mein Freund! Nur Befehle, mein Freund! Ist er überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein! Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Fortsch! Halt durch! Jeder hat eine Wahl! Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? LORENCE! Sie haben etwas, Prophet! Fortsch! Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden! LORENCE! Es ging nie nur um den Anzug! Fortsch! Halt durch! LORENCE! Gott! Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei! Das heißt, sie können sich in alles verwandeln! In jede erdenkliche Form! Archangel! Totale! Orbitale! Vernichtung! Ich sag jetzt nicht, ich baller mit dem Archangel auf diese verfickte Maschine, die er aus diesem Loch kriegt! Wow! Ziel wird erfasst! Oah, er nervt! Boaa! Los, 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 los! Los, 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 los! Und tschüss, Baby! Friss das, Schlampe! Huore sohn! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. WTF, ich hab kein Nanosuit an. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.